hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von der Alpenkamm wir haben ja in der letzten folge habt ihr die timelapse gesehen ein bisschen von der timelapse gras gemäht in der sparta blogge und jetzt werden wir das aufsammeln und in unser schönes vor silo bringen und dann werden wir es verdichten genau in das raum ja und wie ich sagen machen wir weiter oder fangen wir an damit sooo dann schauen wir mal so ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020